Hier haben wir doch unsere schöne Plantage. Die erweitern wir jetzt um eins, machen da eins weiter und eins rein. Fertig. So, Kompass dahin, Uhre wieder weg und zu und Uhre da rein. Fertig. Ähm, ja, war das jetzt alles so fertig, wie ich das haben wollte? Oder gehen wir jetzt auf Kompass-Tour? Ich wüsste gerne, wo wir hin, äh, wo wir hinkommen. Na, jetzt, so scheiß Nase. Ja, jetzt hab ich, hör gleich auf. Hier mal kurz, Avira, was, was willst du? Ach, Werbung, wie immer, nach jedem Update. So, ähm, wir gehen jetzt auf Kompass-Tour. Der schickt uns in die Richtung, wo, wo schickst du uns eigentlich hin? Mal gucken, wo der uns hinschickt. Ach, die Birken sind noch nicht gewachsen, schade. Ähm, sind wir da hinten irgendwo gespawnt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wollte ich vorhin nicht anfangen, irgendwas über MMOs zu erzählen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall rennen wir jetzt mal straight Richtung Spawnpunkt. Ist das da eine Höhle? Ah ja. Gucken wir später mal rein. Jetzt noch nicht. Wie weit? Ach, stimmt, wir waren im... Und ich hab keine Knochen dabei. Schade. Wir waren ja im... Im Eis hier gespawnt. Das gibt's doch nicht. Wie weit ist denn das, bitte? Und warum ruckelt das so schlimm? Irgendwas... Irgendwas... ...habe ich gerade tapsen gehört. Und ich hab... ...unglaubliche... ...Pharanoia, wenn irgendwas hinter mir tapst. Da krieg ich Anfälle. Ich hab kein Knochen dabei. Ich will ein Hundi haben. Mann. Doof. Ei. Hallo, Hundis. Keine Angst, ich tue euch nix. Ich tue dem da was. So, jetzt haben wir schon sieben neue Hühnchen dabei. Es ist immer wichtig, sein Essensvorrat aufzufüllen, solange man noch keine Erntemaschine hat. Die wir in diesem Display sicherlich auch noch bauen werden. Falls ich die noch hinkriege. Ich hab zwar jetzt den Bauplan im Kopf, aber wer weiß, ob ich das auch mit Reden pack. Weil das ist dann doch ein bisschen... ...aua, schwieriger. Ich wüsste auch jetzt schon genau, wo ich die... Ach, hier ist das Bauenpoint. Gut. Interessant. Gehen wir jetzt wieder heim. Ähm, ich wüsste auch schon genau, wo ich ne Erntemaschine hinbauen könnte. Nämlich... Wir haben doch da diese schöne Bergkante. Da kann man, glaube ich, wundervoll Erntesachen draufbauen. Und dann unten wird alles schön zusammengekehrt und mir in die Tasche gesteckt. Ja, so stell ich mir das vor. Wie es dann sein wird, ist wahrscheinlich nicht eine ganz andere Geschichte. Schweine! Oik, 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 oik. Hühner! Oik, 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 oik. Wack, 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 wack. Boah, ich wünschte, ich könnte Donald Duck nachmachen. Boah, wär das geil. Mit seinem eifrigen Rumgeschnatterata. Rumgeschnatterata-ta-ta-ra-ta. Genau. Ähm. Ich würde, ich hätte gern, dass der Kompass dahin zeigt, wo unser Bett ist. Es gibt eine Möglichkeit, das zu machen. Nämlich hole ich mir dann Singleplayer-Command. Ich stelle mich neben das Bett und gebe dann ein Set Spawn. Äh, oder Set Spawn Point. Ich weiß gerade nicht. Wahrscheinlich Set Spawn. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ja. Ähm. Jetzt ist aber die Frage. Darf ich das? Weil ihr entscheidet jetzt. Das wäre nämlich eine Art Cheating. Dass man nämlich immer direkt mit einem Kompass zusammen Haus findet. Das wäre unglaublich praktisch. Aber es ist halt nicht von Minecraft aus. Die andere Methode wäre, ich baue an Spawn Point ein Schild, das in unsere Hausrichtung zeigt. Und dann einfach, äh, go there, go there. Ja, äh, this is the right way. You just have to walk this way and get to the house of the rising of fun. Ja. Also, ich brauche unbedingt eure Meinung. Machen wir Singleplayer-Commands hier, Set Spawn? Oder lassen wir es? Dann am besten auch noch, falls, was denn so? Was ist da unten? Ist das da ein Eingang? Sieht ja geil aus. Was ist das für ein Eingang? Wo ist unser Haus nochmal? Ich glaube, ich finde das nie. Niemals. Du Nase, du übertreibst jetzt. Und jetzt hängt das Auge auch noch an. Ey, ich glaube, ich mache gleich eine Aufnahmepause. Leg mich ins Bett und morgen bin ich dann topfit und nehme weiter auf. Eigentlich muss ich ja gar nicht aufnehmen. Ich mache das ja gerade nur aus Zeitüberbrückung, weil der scheiß Upload so lange dauert. Alter, hast du mich gerade verjagt, wie du es hast? Oh, da kommst du, du scheiß Assi. Du scheiß Assi. Geh weg. Geh weg. Ja, wenn du bliebst, bliebst, das ist schlau. Vor allem, wenn ein Krieger hinten dran ist. Der guckt aber nett. Komm her, Kügelchen, komm her. Ich will da gar nicht rein. Tschüss. Und da will ich auch nicht hin. Ich will jetzt einfach nur noch heim. Vorausgesetzt, ich finde, heim. Wo geht's nochmal heim? Gibt's doch nicht. War hier nicht die Kürmisse? Ich weiß es nicht. Ach, da hinten waren die. Oh, bin ich weit weg. Bin ich weit weg von zu Hause. Ich könnte mir da ein bisschen Kohle stürfen. Aber nö. Jetzt nisch. Aua. Da doch. Ach, ein bisschen, komm. Schaden tut's ja nicht. Außer vielleicht euch, weil eure Geduld am Ende ist. Aber das ist jetzt Minecraft. So läuft das hier halt. Man muss halt manchmal Rohstoffe sammeln. Kann nicht immer nur Action. Und Action machen. Es wird halt viel gebaut. Es wird viel Rohstoffe gefarmt. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, sollte man's auch nutzen. Finde ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Nein, das ist nicht wegen Kommentargeilheit. Das ist einfach nur, weil ich eure Meinung haben will. Das ist jetzt ein Let's Play für euch und nicht für mich. Natürlich kann ich auch auf meine Weise spielen. Sonne wird unter. Da oben ist noch ein bisschen. Das muss ich dann wieder niesen. Doof. Gibt's doch nicht. So. Jetzt geh jetzt. Laufe. Zuhause. Äh. Ja. Zuhause. Und dann... Na ja, erst baue ich hier noch ein bisschen das hier ab. Aber nicht zu lange, weil es wird dunkel. Und wenn's dunkel wird, dann wird's draußen gefährlich. Und ich hätte gerne noch einen Kürbis, den ich mitnehme. weil daraus kann man sich Kürbiskerne machen und die kann man da zuhause pflanzen. Ich hab doch gesagt, nicht zu lange. Jetzt wird's schon dunkel. Ah, komm, schau mal. Ähm. Ich... hab keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Und es wird dunkel. Und ich hab keinen blassen Schimmer, wo wir sind. Und es wird dunkel. Warte, wann was da wirken? Bin ich in die... in die falsche Richtung? Ich hab keine Ahnung. Wir sind sowas von verloren. Ich sag's euch jetzt gleich, wir sind verloren, weil... ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, wie wir heimkommen. Ich würd gern nach Hause, weil... es da definitiv gemütlicher ist, als hier draußen in der Dunkelheit. Alter, das gibt's doch nicht. Da hinten ist Licht. Das ist aber, glaub ich, das Dorf. Wenn ich das richtig seh. Ja, das ist das Dorf. Weil im Dorf können wir schlafen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, überlebt. Scheiße, der Mond geht auf. Scheiße, scheiße, ich muss zum Dorf. Nein! Oha, zum Gehärte. Alter! Die sieht man so schlecht in dem Sextum-Packen. Schnell so trockig halt wie's Haus. Schnell! Boah, du. Das ist mein Haus. Mein Haus, hörst du? Meins, meins, meins. Meins? So. Was geht denn? Das Lofo. Gut nach. Und guten Morgen. So, erstmal hier gucken. Upload. 84% okay geht. So. Ich geh jetzt heim. Und kurz noch gucken, was da Tür auf uns macht. Und da sind die Zombie-Mann-Leute. Da waren die Zombie-Mann-Leute, die uns fressen wollten. Aber die sind jetzt elendig verbrannt. Das war meine Rache an sie. Nur würde ich jetzt gerne heimfinden. Ich hab keine Ahnung, wo heim ist. Ich dachte, man schon kommt, was überläuft sich oder so. Irgendwas läuft da schon schief. Pfeil! Je mehr Pfeile, desto besser. Weil da können wir uns irgendwann richtig damit wehren. Mit Pfeilen. Weil man kann ja mit Pfeil und Bogen hier auch kämpfen. Werd' man auch nochmal garantiert. Jetzt würde ich gerne erstmal meine Nase unter Kontrolle kriegen. Ah, doofs Ding. Naja. Auf jeden Fall fahr ich erstmal auf dem Dach. und ich mach gleich eine Aufnahmepause, weil es reicht erstmal. Meine Nase ärgert mich heute. Ich geh jetzt gleich mal heim. Ich geh jetzt gleich mal zum Arzt. Lass mal die Nase umtauschen. und komm dann wieder mit der neuen Nase. Und wenn's geht auch den Weg nach Hause. Jetzt sag nicht, wir müssen verlaufen. Das kann nicht sein. Au! Ein Drogi-LP verläuft sich nicht. Niemals. Nein. Ein Drogi-LP kann sich nicht verlaufen. Das ist gegen die ungeschriebene Naturgesetze. Verdammte Scheiße, wo wohne ich? Da ist das. Du bist doch da hinten irgendwo wohnen. Kohle könnte ich jetzt wieder mitnehmen. Vielleicht lass es mal geraten. Das kommt vom Wasser an, Leute. Ich hab mich nicht drauf konzentriert, mich herkommen. Hier war doch der eigen. Nein. Hier war kein Eingang. Hopp! Ich hab's gefunden! Jo. Wahrscheinlich bin ich aber nur blöd. Ich bin zu Hause. Jetzt werd ich grad noch mal die Kisten hier einräumen. Gleich, wenn wir aber wirklich zu Hause sind, geh ich jetzt mal die Kisten einräumen. hab ich Holz? Hab ich Holz? Hab ich Holz? Sag mir, dass ich Holz hab. Ja, hab ich. So, eine Sache. Dahin? Jetzt geht so die Tür auf. Das ist praktischer als so anders. Was haben wir da alles? Wir haben Kohle, wir haben Koppelstor, wir haben Dirt, wir haben Rottenfleisch, wir haben hier. Das kommt doch gar nicht dahin. So, Porkjob kommt dahin. Eier. Äh, hier hab ich gar nichts. Ich hab hier noch ein bisschen was. Dann hab ich hier noch Gunpowder, Rottenfleisch, Federn, äh, Dirt, Koppel, Kohle, was tun wir dahin? Ähm, und jetzt mach ich auf, ich hab Pause. Ich stell mich jetzt hier hin, guck da raus und sag bis tschüss, äh, bis tschüss, ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Drogi LP und bleibt mal treu im Gegensatz zu meiner Nase. Tschüss.